ich stelle mich aber erst mal vor, hi Leute ich bin der Jack, es wurden über Kanalpunkte und zwar sagenhafte 350.000 Kanalpunkte wurde eine Hotchip Challenge eingelöst, für die die es kennen wissen was ich meine, für die die es nicht kennen das ist ein Chip mit der schärfsten Chili bestäubt und so weiter und so fort. Wie man hier unten sieht, Very Hotto, ja wir haben auf der Seite haben wir den Para da in der Ecke, weil er hat ja quasi die Challenge eingeleitet, deswegen will ich hier noch dabei haben, ne anderes rum, so da, fuck, ich habe Ebipanko, ich habe lecker Ramen, ich habe auf der Seite lecker Sushi, ich habe hier Tee, ich möchte euch auf meine Banner hinweisen, ja das ist JCG Original und da oben haben wir sogar eine kleine Melo, ich weiß nicht ob ihr das seht, also ich komme nicht unvorbereitet, ne, ich habe zweimal zwei Eirans hier, das Ding hier ist voll mit Eiswasser, man sagt zwar Wasser soll nicht gut sein, aber ich kenne mich, ich brauche immer mal gerne Wasser, achso und natürlich, ich habe ein Handtuch dabei, ne, kann ich mir auch schon mal so umlegen, so Ich werde auf jeden Fall viel schwitzen, viel, viel schwitzen, ich kenne mich, ich bin ein Schwitzer, also das ist ein McFit Handtuch, ich glaube das war mal grau Irgendwie ist das bräunlich geworden, man fragt mich nicht, was ich damit gemacht habe, ich sag mal so, ne, McFit Untergeschoss, da willst du nicht trainieren, keine Fenster, keine Belüftung, äh, nur Protein und Kreatin Menschen und Wings, danke dir für 500 Bits Welche Chips Sorten hast du? Eine einzige, eine einzige, und zwar die hier Mit der schärfsten Chili, ich lese euch gleich alles nochmal in Ruhe vor, ja Ich habe mir gerade auch noch ein Video dazu angeschaut, zu der Hot Chip Challenge, ich, ich habe ja, ich habe ja bewusst keine geguckt, ne, weil ich wollte mir keine Angst machen Aber, äh, ich habe privat so ein paar Nachrichten bekommen, also ich werde auf jeden Fall leiden, werde auf jeden Fall leiden Wie lange darf man bei der Hot Chip Challenge nach dem Chipsmampfen nichts trinken, essen? Zwei Minuten? Fünf Minuten? Äh, ich glaube, also, also hier steht nichts drauf, ja, da ich mir jetzt auch noch keine Social Media diesbezüglich gegeben habe, hier steht nur Any Last Words, das finde ich gut Und hier finde ich sehr witzig, steht Rip drauf, weil man muss es ja auch ripen, ne, also aufrippen, das finde ich, das ist ein schöner Wortwitz, gefällt mir Irgendwas mit aushalten oder so steht hier nicht, ne, Hot Chip Challenge will definitely give you unforgettable and very hot experience Ja, thank you very much Da steht halt nur, wenn ich das in Social Media teilen will, dann mit Hashtag Hot Chip Challenge Aber da wir sowas ja nicht machen, da wir Social Media faul sind Obwohl, vielleicht landet das auf YouTube So für die Nachwelt, rate dir deine Finger Achso, ja, diesbezüglich, Yeet, erstmal Hi Diesbezüglich, das liegt der Packung bei, ne, also ein, ja, was ist das, Latexhandschuh oder was? So ein E-Handschuh, der, der liegt dabei Hier steht nichts drauf, hier steht nichts drauf Schätze mal, man kann sich selber eine Challenge machen Aber ich, ich, ich bin jetzt nicht darauf aus Nach dem Chips-Essen lange, ähm, lange durchzuhalten Also wenn scharf ist, trinke ich Ei ran Hard Mode Chip zerbröseln und durch die Nase ziehen Der Chip brennt auf jeden Fall zweimal Ich glaube, den Spruch habe ich jetzt schon so 5000 Mal gehört Der brennt viermal Wie gesagt, um den, der brennt so und so oft Joke euch mal so kollektiv vorweg zu nehmen Da ich ein Sodbrennen-Patient bin, Sodbrand-Patient Wird das wahrscheinlich noch sehr, sehr oft brennen bei mir Ja, macht euch da mal keine Gedanken Bist du generell gern und oft scharf? Das würde mich noch interessieren Äh, ja, also ich sag mal so Ich bin mit Schafemessen aufgewachsen Äh, esse auch so gerne Schaf Aber ich bin keiner, der so Schmerzen erleiden muss Beim Schafessen, ne Ich esse schon gerne Schaf Ist halt ne, ist halt ne Frage der Perspektive Ein Onkel von mir beispielsweise Der würde bei dem Schaf, was ich esse, würde er nur schmunzeln Weil die müssen richtig so, die müssen leiden, weißt du Wenn die Schaf essen Und das ist für mich kein Schaf Für mich muss Schaf einfach nur den Geschmack unterstützen Und, und halt scharf sein Und nicht irgendwie Jo, Jack macht doch ne richtige Challenge Ohne Handschuhe essen Und dann in die Augen greifen Wenn ich den Stream hier auf CD brenne Dann brennt der vierfach Wann geht's los? Ja, ihr macht ja schon richtig Stress Ne Deswegen würde ich sagen, fangen wir an So, Mais Tortilla Chips Äh, Mais Tortilla Chip Mit einem hohen Anteil von Carolina Reaper Gewürz Einer der schärfsten Chilis der Welt So nochmal so ein kleiner Flyer, ne Mit, äh, Fließoniernis Wie gesagt, die Verpackung ist so eine Art Sargophag Ganz, ganz witzig Äh, kommt irgendwie aus Tschechien oder so, der Kram Ist wahrscheinlich noch ein bisschen Uran drin oder so Man weiß es nicht Einmal beugen mit Husten, bitte Das ist die, äh, Verpackung, ja Das ist die Verpackung Wupp, wupp, neunter Monat Desmo, danke dir Oh, ich glaube, ich hab das verpasst Vielen lieben Dank Hauptsache Jack kollabiert nicht Dr. Jack, seien Sie bitte sanft zu mir Okay Äh, ja Wir machen den mal ganz sachte auf hier, ne Oh, ist das so schwer Wir wollen ja auch keine Trickery ausschließen hier Oh, da ist sogar ein Stück abgemacht Also Das ist es Bäh Bäh, da steht noch Füße Ne Hier haben wir ein bisschen Reaper-Stuff drauf Sieht im Stream viel, viel heller aus Also das Ding ist fast schwarz Das Ding sieht in real life tatsächlich viel, viel dunkler aus, Leute Wahrscheinlich liegt es am Licht oder so Hat sogar so eine sehr kräftige Farbe Das liegt wahrscheinlich am Cam-Filter auch Ja, ist jetzt nicht so groß, wie ich dachte Und darfst du auf keinen Fall ins Gesicht packen Jaja, ich weiß Ich hab gehört, man soll sich danach nur an ganz wichtige Stellen kratzen Wenn überhaupt Ich schwöre euch Der stinkt nach Füßen Also Ich erwarte Ich erwarte keine kulinarische Meisterleistung hier Das schmeckt wahrscheinlich eine Scheiße Sind wir ehrlich Wisst ihr, wie das riecht? Wenn ihr in einer Sporthalle wart Und ihr geht in die Umkleide Aber eher so Schulzeit Und man riecht noch so ein bisschen diese Gummibahn Wie heißt das nochmal? Tartanbahn oder irgendwie sowas Dieses leicht abgeriebene Gummi Auch so von den Tourenschuhen und so Und halt so ein Schuh-Mauk Direkt in einem Reihen Jaja, der geht direkt in einem Reihen Der geht direkt in einem Reihen So, so gut jetzt oder was? Darf ich jetzt? Zeit zu sterben Ja Leute, cheers Para Der geht auf dich Ja Guck mal, ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen aufgeregt Boah, schmeckt das scheiße Boah, schmeckt das scheiße Boah Oh Gott Das schmeckt genauso, wie es riecht Einfach nur nach Füße Holy shit, ist das scharf Uh Oh Gott Oh mein Gott Das ist nicht scharf, Leute Das ist einfach nur Schmerz Ja Iron incoming Das ist einfach nur Schmerz Oh fuck, ich hab den Iron nicht geschüttelt Obwohl, ich schau mal, wie lange ich aushalten kann Oh mein Gott Oh mein Gott Oh, das sind einfach nur Schmerzen Das ist nicht scharf I love you Yeah, I love you too I love you too Have a great day Bye 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 I love you Oh, das sind einfach nur Schmerzen I love you too I love you too I love you too So richtig im Hals drin, ne? Ist das der Schmerz? Wer weiß, worauf das hergestellt ist Also, da steht meist Tortilla Chip drauf Ich bezweifle das Ich bezweifle das Oh, der kommt erst sehr spät, ne? Der kommt erst sehr spät Oh mein Gott Also, das sind einfach nur Schmerzen, ne? Das sind einfach nur Schmerzen Es tut in den Ohren weh Holy shit Ich steck das aber sehr gut weg Boah, ich glaube, da kommen Ich glaube, das kommt noch, Captain Ich glaube, das kommt noch Es wird immer schlimmer Ja, äh, ich hab jetzt nur das eine Handtuch Da werde ich jetzt auch meine Nase ran abwischen, ne? Oh, also wie gesagt, ne, Leute Das ist nicht scharf Erwartet nicht, dass das scharf ist Das tut einfach nur weh Das ist, als ob ihr eine Hals-OP hinter euch habt oder so Ja, also der Ayran lächelt mich immer mehr an, ne? Ich will ehrlich sein Alle vier sogar Meine Ayran-Kinder Es wird auch ein bisschen enger im Hals, ne? Also, falls ihr solche Leiden oder so habt Macht das bloß nicht nach Irgendwas mit Hals oder mit, weiß ich nicht Asthma oder so Ich meine, das würde ich dann generell nicht empfehlen Jack hat schwitzende Augen Ich bin überrascht, wie wenig ich schwitze Also, beziehungsweise gar nicht Mit mir Tränen, ehrlich gesagt, nur die Augen Ich hab eine richtige Schweißattacke erwartet Oh Gott Aber Leute, macht das nicht nach Das ist ekelhaft Hat einer runtergezählt? Wie lange ich jetzt schon Sag mal Lust auf Skyrim? Weil wenn's da echt ne Challenge gibt mit Auf Milch oder auf Getränke verzichten Dann überlege ich das jetzt nur nicht zu ziehen Vielleicht halte ich das aus Ich glaub, ich hab das Schlimmste hinter mir Aber es kommt immer so in Schüben wieder Das ist, das hab ich so noch von keiner Paprika erlebt Also 16 Millionen ist reines Capsaicin Aber das ist doch Das ist doch lebensgefährlich Ich stell mir gerade vor Etwas, was achtmal schärfer ist als das hier Also das ist echt schon Grenze hier Das ist echt schon Grenze Das ist einfach nur Schmerz Das ist einfach nur Schmerz Und das Krasse ist, dass der wiederkommt Also man ist gar nicht so Man ist gar nicht so pauschal über den Jordan Gönn dir mal einen Schluck Eiswasser Ja, ich will das jetzt durchziehen Ich trinke jetzt nichts Okay, jetzt sind wir an so einem Zeitpunkt Wo echt Schärfe durchschimmert Also kein Schmerz Sondern Schärfe Das kann ich jetzt als Schärfe identifizieren Er ist nicht mal rot im Gesicht Habt ihr euch denn andere Challenges schon mal angesehen? Denkt an, dass du den Chip mit der linken Hand berührt hattest Lass die unbedingt aus dem Gesicht Nee, nee, das war die rechte Aber du siehst das Spiegel verkehrt Aber ja, das war die rechte Andere sind so heftig abgekackt Also du bist stabil Klar, es lagen auch Leute auf dem Boden Haben direkt Toast und Milch in sich reingeschüttet Ich sag dir, der Ayran, der lächelt mich richtig an Vielleicht schaffen wir ja echt als Einer der wenigen, ich weiß es nicht Das ohne irgendwas zu trinken zu überstehen Ich muss auch sagen, also ich hab's überstanden Ich bin über den Jordan Ich merk nur hin und wieder Dass es in den Hals zurückschießt Ja, dankeschön Also das ist nicht nur Carolina Reaper Sondern auch Trinidad Moruga Scorpion Ja, und irgendjemand hatte gerade Kohle geschrieben Da ist tatsächlich Charcoal drin Traust du dir noch was Schärferes zu? Ja Ja, du steckst das unerwartet gut weg Ja, also ich würd was Schärferes essen, ja Vor allem, wenn ich dann noch Ayran trinken darf Oder von mir aus Wasser Ja Aber es ist kein Spaß, Leute Ich sag's euch Das ist einfach nur Schmerz, den man da fühlt Über, ja, ich würd sagen so Über 10 Minuten Und ich glaube, wichtig ist Dass man auch den Mageninhalt drin behält Ich hab ganz kurz, hab ich gemerkt So, uh Ich will jetzt kein Debbie Downer sein Wie Wings neulich mal meinte Ich find den Ausdruck sehr cool Also ich persönlich hab minimal mehr erwartet Vielleicht haben es andere einfach nur überdramatisiert Bringt mehr Viewer Das kann natürlich sein, Duki Äh, ich weiß jetzt nicht Wenn sich jemand übergibt oder so Weiß ich nicht, ob das dann überdramatisieren ist Aber es gibt durchaus Leute Die dann wahrscheinlich so ein bisschen extra Hangman machen Ja Hätte ich auch gerne gemacht Aber ich bin kein guter Schauspieler Fast 15 Minuten geschafft Oh, ich bin über den Jordan Ich bin über den Jordan Also wenn ich jetzt Eiran trinken würde Wäre es einfach nur, weil ich Eiran trinken will Aber ich mach das trotzdem nicht Wir ziehen das durch Sieht es auch in der Nase Ne, in der Nase tatsächlich nicht Aber ich muss auch sagen Ich hab viel Platz in der Nase Ähm Mit Nase war jetzt nix Hals, Ohren Äh, Lippen Also Mund, Innenraum Muss ich euch nicht sagen Ja Die Lippen brennen tatsächlich immer noch Also um 19, 22 hast du 30 Minuten Okay Gut Dankeschön, äh, Jesse Trink es endlich Du willst nur sehen, wie ich Eiran trinke, ne Du willst, dass ich das Klischee erfülle Soll ich danach auch noch einen Döner essen? Wolltest du nicht türkische Liebessahne trinken? Boah Wie kann man das denn so formulieren, ne Erstens mal ist das Glückseligkeit Und zweitens mal, ja Wir sind Wir sind weit drüber Cheers Ja, der Eiran schmeckt scheiße Kauft euch den nicht vom Netto Ich mein, der ist lauwarm Äh Aber trotzdem